Moin moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal wir spielen Chasm weiter und ja sind jetzt auch schon recht weit angekommen und zwar hier in irgendeiner kathedrale oder sowas ist es keine ahnung aber wir gehen mal rein und schauen uns das mal an hier sind die geister ich habe gerade nicht diese handachs gefunden die ich mir gerade gekauft habe über so und so viel geld das ist der Hammer oder hat auf 600 Gold gelassen die Axt wir haben hier eine Achse finden wir den zweiten Geist naja und die Axt ist ganz toll eigentlich dass man den beiden hinterlässt haben kann so 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 jetzt so 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 ich mal so Hallo? Merkwürdig Halt, Halt, Halt Halt, Halt Halt, Halt Blöd Nein Nein Ah Mein Scheiß Ich will das Leben Nein Ah Wo müssen wir denn hin? Oh, egal Oh, nike Stückchen Wir suchen mal da hin zu kommen Und dann können wir nochmal aufladen Na unser Leben Oh, nike Stückchen Okay, ich bin jetzt hier. Was ist hier drüben? Okay, noch Schutzschild haben wir. Nicht schlecht. Wir müssen definitiv wiederholen zum Kack. Na, noch mal die Wege hier. Wir müssen was essen, die sterben wir gleich. Wir können nichts essen, scheiße. Schaffen wir es noch zu dem... Müssen wir es schaffen. Müssen wir uns doch runterfallen lassen. Hinkommen. Wo wir draufgehen. Oh, war ein Wichter. Oh. Oh, Brot. Das ist gut. Oh. 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 so jetzt geht's noch weiter da müssen wir hier hin das war ein Faktor durch nehmt da 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 schnipp da 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 Das müssen wir ja durchsleihen können. Glaube ich zumindest. Ich hoffe es. Los geht's. Ja, jetzt geht's glaube ich. Schau es dir an. Jetzt funktioniert auch das mit dem Willen. Oh. Absolut fantastisch. Wie du dieses Pflanzen zum Leben weckt hast. Super. Ach ne, Quatsch. Wie die Pflanzen in diesem Sonnenlicht leben können. Super. Wir dürfen aber nicht uns wundern. Wir müssen weiter. Er hat es mal leicht reden. Macht ja nichts. Der Typ. So. Jetzt können wir durch diesen Weg irgendwie auch dahin kommen. Yes. Achso. Wir sind ja alle noch zu, die Wege. Bei uns aber egal. Wir haben jetzt einen Zugang gefunden. Das müssen wir jetzt natürlich nur eine Stelle für die Wege speichern können. Ja. Achso. Ich kann leider nicht. Hauern hier jetzt. Hier geht's auch. Ich kann ja nicht hauen. Hier geht's aber. Oh. Oder nicht. Hier. 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 Hier ist es. Hilfe mit den Kippt. blödes ding so Ich würde mal nebenher kommen. Ah, ich habe Angst davor. Oh, wie sollte man das denn auch schaffen, ey? Scheiße, das wäre ja blöd. Kacke, kacke, kacke. Naja, ich weiß ja ungefähr, wo wir gespeichert haben. Okay. Kleiner Rückschlag? So ein Riesen-Rückschlag jetzt. Bitte shit, shit, shit. Mist, 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 das war jetzt ärgerlich. Okay. Okay. Du hast doch noch 2 mal geklappt. So war es. Oder? Wo geht's denn? So, jetzt geht's noch weiter. Whee! Ähm... Jetzt kann ich die Szenarien natürlich gleich normal angucken. So, hab ich's nicht oben noch. Spo-speichern oder so? Was füraa, da kann man nichts machen, da brauchen wir so irgendwas da rein soll? Muss ich doch nicht haben. Ja, komm ich nicht. Ja hier kann ich nicht oben drauf.. Da gibt's bestimmt etwas anderes sonst, wenn man sich besser festzahlen kann. 蛋errain oder so kann man, soo Ha-hilfterpick! Jetzt kommt ein Professor. Gehen wir noch kurz an? Nöööö. Gut. Na komm schon. Wir lassen sich über den ganzen Scheiß allein. So. Ich muss es jetzt schaffen. Wir sind vorsichtig, wir kämpfen müssen auf jeden Fall. Ah, Mann, ey. Was rechnen wir da immer, ne? Den frei machen. Natürlich ist auch hier Spacke. da da ja 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 Das ist doch nicht wahr, da geht keiner in den Umschleuch in den Schleser. Hm. Das blöde Sprung sagt, ich lasse mich nicht mehr. Das blöde Sprung sagt, ich lasse mich nicht mehr. Nein! Och Mann! Scheiße, Leute! Scheiße! Na gut, wir sollten uns doch lieber einen Speicherplatz suchen. Machen wir auf jeden Fall definitiv zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020